Hallo und herzlich Willkommen bei Borderlands. Ich bin Iphilia und mit mir dabei die Pseudonymer und der Hiesche aus der Pummelrunde. Hallo. Psypsop Pseudonymer. Ist doch auch süß. So, wir gehen jetzt hier mal weiter in der Hoffnung, dass hier nicht noch mehr Viecher kommen. Ich glaube da unten kommen definitiv... Spiderskecks oder wie auch immer die heißen. Da ist Wasser, da sind Tonnen... Oh, da ist ne Arena. Yeah. Yeah. Ich glaube da kommen definitiv gleich irgendwelche Viecher. Yeah. Yeah. Da war wieder der nervöse E-Finger, glaube ich. Da, Heisel. Da, da, da. Oh, die kommen da aus diesem komischen... die kommen da raus. Die wohnen hier in der... in der... in dem... Was ist dann passiert? Die Fässer. Die ist verbrannt. Achso, du hast sie aufs Fest geschossen. Ah, okay. Aufs Fest habe ich geschossen. Jetzt schießt die Fässer doch nicht kaputt, wenn keine Gegner da sind. Und dann sind doch keine mehr da, wenn die kommen. Ja, meine, meine, meine. Ja. Aua. Au. Weder scheiß Rack. Wo ist er hin? Warte. Patsch. Aua. Yo. Hammer. Geht da noch eine? Ne. Ne. So. Ähm, wo müssen wir denn hin? Ach, in die Richtung. Okay. Irgendwie hier lang. Patsch, 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 patsch. Könnte werden... Oh. Guck mal, da... Ah, da ist eine Waschmaschine. Wow. Ich muss besser waschen. Eine niegelange neue Waschmaschine. Meins. Hm. Tia, da ist sowas. Meins. Mhm. 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 Hm. Hier, das ist das Symbol. Ja, das Ladesymbol und so weiter. Unser Ladesymbol ist das Symbol von Pandoria, äh, Pandora. Von der Kiste, der Komma der Pandora, der Pandoras Kammer. Pandoras Kammer? Pandoria? Nein, Pandare? Pandorias Kammer. Ne, warte. Pandoras Kammer. Oder der Kammer auf Pandora. Guck mal, ich geh duschen. In die Ekelbrühe. Mhhh. Ja, was dir zweimal. Ja, ich krieg den, ich krieg den, ich krieg den. Ich krieg den auch vielleicht gar nicht. Komm, geh, geh fort, du. Das ist meiner. Ja. Schießt du noch? Ich versuche den Schläger an Hisho da kaputt zu machen. Aber ich bin nicht so gut. Ja, ich auch. Hisho, du müsstest wieder aufstehen können. Ach so. Nicht mehr lange, aber noch geht's. Oh, jetzt bin ich. Mh. Meine Güte. Kein Problem. Kein Problem. Du brauchst mich nicht... Ja. Nimm mal dasselbe mit dir. Oh. Mein Vogel hat nichts mehr zu tun. Ich wollte eigentlich eben sogar noch mein Geschütz anwerfen, aber dann, äh... Dann bist du gestorben. Fast. Ja, irgendwie ja. Dann war er plötzlich tot. Und dann? Und dann ist er gestorben. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, ich glaube ich habe ein neues Tagebuch. Hier, guck mal. Yeah. Das ist gut. Wundert mich nicht. Ich vermisse, wie sehr mir das Übersetzungsprogramm für die Arbeit mentalität wird, diese ganzen iridialischen Häksten zu verstehen. Meine Mutter ist tatsächlich ganz hoch und dass mich für die Wissenschaft interessiert. Ich weiß nicht, ob ich längst hätte aufhören sollen. Aber meine Sturheit, die ich geerbt habe, treibt mich dazu weiter zu machen. Bis ich herausfinde, wo diese Kammer ist. Oder bis ich so verrückt bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich hier wollte. Ja, gut. Wir halten auch erst alle. Die Dame werden wir nachher treffen, ne? Ja, halten wir fest alle. Oh, ist ein Sniper. Äh, Rifle. Und meine SMG. Darf ich? Ja. Oh, ne Sniper. Halten wir fest, alle Leute, die nach dieser Kammer suchen, sind total bläm bläm. Bläm bläm? Bläm bläm. Also wir auch, ne? Ich fürchte, wir sind es. Was? Wir sind doch völligst normal. Ey, wir haben hier niedrige Schwerkraft. Okay, wo müssen wir weiter? Da müssen wir weiter. Wir haben noch einen langen Weg vor uns zum ersten Tagebucheintrag. Ja, passt schon. Das Lustige ist, wir haben jetzt die Tagebucheinträge theoretisch rückwärts gehört. Ja, ist nicht schlimm. Ich könnte wetten gleich hier. Oh, Moment, hier kommen sicherlich gleich wieder irgendwelche Fiefer. Ich komm auch gleich. Bin gleich da. Wir sind so viele Fässer. Bin gleich bei euch. Ich sag euch, wenn von hinten einer angreift. Vielleicht kommen die auch erst am Rückweg. Ich weiß es nicht. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Das ist jetzt aber enttäuschend gewesen. Ich fand's ganz gut. Ja, das ist jetzt schon. Aber irgendwie enttäuschend. Da sind welche. Guck mal. Wo, wo, wo? Einer. Oh! Nein, da kommt noch einer. Oh! 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 Noch irgendwo welche? Alle weg? Ja. Ah! Haben keine Königin diesmal? Einer nicht? Es sind bisher nur diese Endlings. Also irgendwie kommen wir in ein leichteres Gebiet hier rein, hab ich das Gefühl. So, aber... Wir sind doch schon wieder Feinde. Wir wohnen doch welche. Sicher. Sicher. An der Waschmaschine. Hallo. Hier müssen welche wohnen. Ich hab' dir was Geld liegen lassen. Über mich hier. Wir sind tot. Wir sind tot. Ein feuerspeiender Rack... Racki-Mischu. Der? Der ist doch scheiße schwer. Der ist Level 25. Was soll'n der scheiß? Wo seid ihr? Lebt ihr alle noch? Nee. Ja. Ich glaub' Feuer ist nicht so gut gegen Feuer, oder? Oh, ich bin tot. Nimm Säure, du Sack. Ich hab' natürlich hier voll den guten Blick auf das Vieh. Wo bist du denn? Ja, ich hatte keine Chance. Ah, scheiße. Ah, Mist. Wo komm' ich raus? Wenn's hier mal immer mal wieder ins Haus gehen, ist glaub' ich nicht schlecht. Ach du Scheiß, ich bin voll weit weg. Aber du hast vielleicht die Möglichkeit eines Autos. Naja, aber ich bin so schlecht im Fahren. Oh Gott, das war knapp. Ist okay, ich bleib kurz mal eben hier. Boah, scheiße. Ja, genau, jetzt gehst du auf den Schützenplatz, du Schuhrot. Ah, geh ins Haus, geh ins Haus, geh ins Haus. Du kannst ja nicht rein. Rennst, rennst du mal kurz auf mich zu und heilst mich? Ja, okay. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh, ich glaub' ich bin ja falsch. Mach dich mal unsichtbar mit dem Ding, äh, mit deinem, deiner Elementarkraft. Ich bin ja falsch. Dann musst du ja noch zu mir kommen. Lass mich. Ich treff' die doch noch nicht. Ja, super. Wo seid ihr langgefahren? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich hab mich verlaufen. Moment. Ja, toll. Jetzt heil mich mal bitte. Äh, ich häng fest. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm. Nicht, brauchst du nicht mehr. Boah, super. So, jetzt ist er weg. So. Boah. Äh, da hinten? Oh, scheiße. Du bist irgendwie hinterm Berg. Ja. Ja, ich bin falsch gefahren, glaub ich. Ich bin ja auf feindlichem Gebiet. Hier schießt man auf mich. Oh, meine Güte. Wo kam das Vieh? So, ich hab's. Danke. Bitte. Entschuldigung. Beudo, versuch mal über diese Leiche hinweg zu laufen. Wieso soll ich über eine Leiche hinweg laufen? Weil ich's nicht kann. Warte mal, wie kommt denn die Fächer jetzt hier rein? Hier hin. Nee, ich auch nicht. Ich sterb einfach. Ich hab ein bisschen... Aber wer... Wo ist unser Auto? Das hab ich nur genommen, weil ich... Achso. Hisho hat gesagt, ich soll ein Auto machen. Dann bin ich aber falsch gefahren. So, ich sterbe jetzt. Was? Ich hab dich schon gehört. Ich renne. Das hilft eventuell nicht. Aber ich renne. Ja, wir versuchen zu dir zu kommen. Ich bin jetzt wieder da, wo man die Autos generieren kann. Ah ja, gut. Okay. Und hab wieder wahrscheinlich null Geld. Moment. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte. Ach du Schande. Wo bist du denn? Du bist am anderen Ende der Karte. Ja, weil wer irgendwie dazwischen keinen Speicherplatz hat. Ja, aber das Gute ist, du bist am anderen Ende der Karte, wo wir beide jetzt hin müssen. Oh, Fick. Warte auf uns. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich bin... Ich hab mich zum Auto wieder... Oh, gespawnt. Weil... Oh, scheiße. Achso, und das steht noch da, wo du vorher warst. Ja, ich verstehe. Ja, ich bin da festgefahren. Ich renne hier mal raus. Mal gucken, ob ich es überlebe. Rennt gerade der Pseudonymer hinterher. Ich renne jetzt einfach gerade. Ja, wir auch. Aber ich weiß nicht, wie ich es überlebe. Ich renne. Wir auch. Um mein Leben. Wir rennen um dich. Ein Psycho... Psycho ist hinter mir her. Ja. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich renne. Ist er da unten? Nee. Hier unten? Pseudo! Zusammen sind wir stärker! Renn einfach weiter. Ich höre immer noch hinter mir. Einfach weiter rennen. Ja, da sind jetzt diese Scheißviecher. Ja, renn dir einfach um. Ich bin auf so einem Picknickplatz hier gerade. Ich bin kein Auto. Ich höre den Psychopathen auch hinter mir. Oh mein Gott! Ich wurde in den Arsch geklappen. Wieso hören die Psychopathen nicht auf, hinter einem herzurennen? Das finde ich jetzt richtig scheiße. Hä, wo rennst du denn jetzt hin? Ich bin jetzt auch nicht da, wo... Da, äh, hier war falsch jetzt. Warte mal. Hier oben vielleicht. Fieger! Fieger! Äh, Pseudo! Wir haben es gefunden! Jetzt kommen wir mit. Wo müssen wir hin? Weiß ich nicht, aber da unten kämpft gerade der Hieschuh. Oh. Ah, okay. Sollen wir die noch eben kalt machen? Oder? Ja, wir machen die eben kalt. Ähm, habt ihr dieses Vieh besiegt? Ja. Ja. Irgendwann dann. Okay, sehr gut. Ha, 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 ha. Meine Güte. Ja, das war ein sehr, sehr harter Kampf, aber... Ja. Aber wir haben es geschafft. Was? Wieso lachst du so? Ich habe gelacht. Ja? Also mein Charakter, glaube ich, hat gelacht, meine ich. Achso. Ja, und das habe ich dann nachgemacht, weil ich das lustig fand. Okay. So, was haben wir hier noch? So, wo seid ihr denn da? Ach da. Hat hier jemand eine Party gefallen? Ja. Schleichst du noch? Da oben gibt es noch mal so ein bisschen was. So, ähm, wo geht es jetzt zum... Achso, wir müssen jetzt hier um die Ecke. Ach nee, wir müssen wieder dahin, wo wir jetzt hergekommen sind. Ja, aber gleich erst. Ja, was? Wieso? Nicht? Das wolltest du nicht gerade... War nicht... Ja, nee, Moment. Wir müssen anders... Ach nee, wir haben ja noch Zeit. Ja, wir müssen da... Wollte ich gerade sagen, wir haben noch Zeit. Wir müssen dahin, wo Filia herkam. Das ist schön. Ja, die Filia hat ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet da oben. Ja, einen Psychopathen habe ich schon kaputt gemacht. Ja, siehst du? Der ist mir meilenweit hinterher gelaufen. Da lang? Renne ich richtig? Da kam ich her, ja. Äh, ja, da müssen wir auch lang. Ja, ich sehe den Quest, Maka, aber das heißt dann nicht, dass ich in die richtige Richtung renne. Ja, das stimmt. Das ist kein Garant dafür. Oh, jetzt kommen die schon wieder hier. Oh nein. Ein Säures-Gag. Ja, aber den hatte ich schon angeschossen irgendwann. Achso. Der ging... Da ist noch einer. Und noch mehr. Und da... Oh Gott, aua. Wenn man den einmal getroffen hatte, geht's, geht's, aber... So, hier runter? Oder wo? Ich bin da runtergelaufen. Ich glaube ja. Hey! Da hinten sind halt noch mal böse. Und da ist auch irgendwo das Auto, was da feststeckt. Okay, okay. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Oh nein. Oh Gott. Hä? Wo ist denn noch einer? Oh Gott. Da? Und äh... Oh toll. Säure, Feuer. Säure, Feuer? Was? Nein, nein. Einer Feuer, einer Säure. Feuere, Säure. Äh, nein. Ja. Feuere, Säure. Genau. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, da. Hier hoch. Oder nicht? Ja, okay. Ja, ja. Hab. Ach, ich sehe schon, wo dein Auto feststeckt. Ja. Ich habe es da schön geparkt, oder? Da, ich habe es. Auf Eintracht. Hm. Werden Banditen. Freunde sein werden? Was? Wieso wirst du immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will? Was? Ach, schön, dass wir immer so von so Psychos... Die Tante ist doch... Aber die werden wir noch kennenlernen, oder? Wir sollen doch mit der reden. Wir sollen persönlich mit der reden. Oh mein Gott. Wahrscheinlich sagt ihr dann sowas. Ja, ich mag dich und dich und dich und eure drei Freunde da. Was? Oh Gott. So, äh... Wollt ihr das Auto ausparken? Ja. Ich habe mir besonders viel Mühe gegeben, es einzuparken. Ja. Das hast du sehr schön gemacht. Sieht sehr gut aus. So. Ich habe aber kein Auto. Oh, es funktioniert noch. Ist egal. So, äh... Wir müssen... Hier haben wir kein Quest mehr. Kannst du mal kurz nachschauen? Quests durchschalten. Ähm... Wir haben... Hm. Hast du mich überfahren? Common West. Nein, nicht, dass ich über... Mit Lab Trap gesprochen... Warte mal. Über den Typen drüber geschoben. Also theoretisch haben wir hier nur noch die Hauptquest. Äh, nö, die machen wir nicht. Okay. Noch nicht. Dann gehen wir wieder... Warte. Äh... Wie komme ich eigentlich auf meinen Quest-Dingens? Ich muss hier immer... Komm ich denn nicht? Durchschalten. Ähm, dann würde ich sagen... Gehen wir zurück... Ähm... Wo auch immer zu dem schwarzen Brett oder so, wo wir die Quests herhaben. Warte, Pseudo! Achso. Komm doch zu dir. Ah. Danke. Ein Moment. Wo müssen wir denn hin? Da hoch wieder? Ein Moment, ich habe was gehört. Da renn wir den B schon da her, ja? Ein Moment, ich habe was gehört. Ich gehe mal ganz kurz an die Tür. Pause. Hä? Was? Achso, im echten Leben. Ich denke... Welche Tür? Was? Völlig verwirrt. Was? Wir... Wo machen wir was? Was für eine Tür? Ja, okay. Das war jetzt nicht wichtig. Wahrscheinlich ist morgen gelber Sack oder sowas. Na, super. Also, wir müssen da hinten hin. Das heißt, gleich... Äh... Rechts. Äh, warte. Ähm. Ja, genau, so. Genau, so. Hier so. Genau. Und dann... Jetzt... Wieso gibt es hier eine Gabelung? Was soll denn der Quatsch? Äh, jetzt musst du rechtlich fahren. Bisschen rechts halten. Rechtlich muss ich fahren. Nicht so... Ja, so geradeaus würde ich was sagen, aber... Oh, da ist wieder... So. Die Show? Ja. Nee, nicht so rechts. Ja, da war nur was. Achso. Das musste ich wegwerfen. Ähm. Kannst du dir mal angewöhnen, wenn du aufstehst, das Mikrofon auszuschalten? Ich kann das Mikrofon doch gar nicht ausschalten. Doch, du kannst dich hier erst muten. Achso. Ja. Ähm, ja genau, so bist du auf dem richtigen Weg. Genau. Jetzt lang. Rennt du uns hinterher? Ja. Ja. Er rennt uns hinterher. Genau, und jetzt sind wir gleich da. Und so. Hallo. Hallo. Hahaha. Da freut er sich, dass wir kommen. Ja, offensichtlich. Ja, hat gelacht. Äh, hier? Wui. Ja, genau. Aber ich möchte kurz noch da gucken, ob ich... Ich habe geparkt. Hast du sehr schön gemacht. Besser als ich. Äh, äh. So. Guten Tag. So. Oh. Hm. Nein. Nein. Wir verkaufen ein bisschen was, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Ja. Ja. Ich will Peter auch weg. Was denn mit dem Zeug? Achso. Ach. Ja. Ja, das kommt alles weg. Du solltest ihn daraus ansprechen. Oh. Ja, doch. Ja, doch. Sprich endlich Scooter an. Jetzt rede doch mal mit dem. Oh, was habe ich denn hier für Schilde eingesammelt? Das habe ich gar nicht gemerkt. Hm. Und was habe ich für ein Schild? So. Ist das mein Schild? Ja. 208. Uh. Wann habe ich das geholt? Ah, okay. Ach. Ja, dann, äh. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Pass auf. Sollen wir was machen? Was denn? Die Folge jetzt beenden. Und in der nächsten Folge einfach in New Haven starten, falls mal wieder was passieren sollte. Ja. Das ist ja eine super Idee von dir. Ne? Weil das passt gerade so gut. Ja. Dann gehen wir doch einfach mal alle hier hin. Wo denn? Wo gehen wir hin? Stellen uns in einen Kreis. Warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bin da. Quasi. So. Und dann sagen wir gemeinsam. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.